Das Buch trägt den Titel Aufnacht Tantigel Band 1. Möchtest du es lesen? Sonst hätte ich ja nicht draufgeklickert. Wie schön ist die Kentlin-Ebene, die Spielwiese meiner Jugendzeit. Entgegen meiner Befürchtungen, das Umland Kentlins wäre ebenso verwüstet worden wie die Stadt, habe ich hier eine mächtige Zitadelle vorgefunden. Allem Anschein nach haben die Einheimischen mit der letzten ihnen noch verbleibenden Kraft diese Bastion gebaut, während ich fort war. Sie haben sich in ihren Mauern verbarrikadiert, um den Horden an Monstern zu entfleuchen, die das Land befeilen haben. Und doch kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass in den Menschen hier leben etwas Seltsames vorgeht. Ich habe versucht mit ihnen ins Gespräch zu kommen, doch sie starren mich nur mit kalten, toten Augen an und einer von ihnen hätte mir fast meinen Proviant gestohlen. Vielleicht ist dies die unweigerliche Folge ihrer langen Isolation in den beengten Verhältnissen dieser düsteren Festung. Und der ständigen Todesangst. So versteinert die Minen der Menschen hier auch sein mögen, ein Bewohner dieser Burg übertrifft sie in dieser Hinsicht alle miteinander. Der Anblick des großen Golens, Kentlins Beschützers, wie er stumm und mit gesenktem Blick dahockt, lässt mir keine Ruhe. Oh, mein geliebtes Kentlin, was ist nun aus dir geworden? Obwohl die Männer und Frauen in dieser Burg einmal meine Mitbürger waren, fürchte ich, dass ich hier nicht mehr willkommen bin. Ich werde diesen Ort verlassen und meine Reise fortsetzen, ehe noch etwas geschieht, was ich mir nicht ausmalen will. Franklin A. Manson, Wachbrigade von Kentlin. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Freund, es tut mir leid, aber wir erfahren, ich weiß nicht, ob ihr das interessant findet, aber ich finde das mega interessant, hier auch von der Vergangenheit zu erfahren. Und ich meine, die Bücher, die wir lesen, oder die Zettel, die sind so gut wie alle von Franklin A. Manson. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Vielleicht war das ja der Protagonist von Dragon Quest 1. Keine Ahnung, wie gesagt, kenne ich nicht. Aber auf jeden Fall kommt er hier immer wieder vor. Auf einem alten, zerrissenen Stück Papier steht eine Nachricht. Ich habe es geschafft, das Buch mitgehen zu lassen, das dieser neugierige Manson geschrieben hat. Ich kann zwar kein Wort dieses nichtsnutzigen Vagabunden entziffern, aber ohne jeden Zweifel stehen darin nichts als verleumdnerische Lügen über uns. Wir hätten ihn nie entkommen lassen sollen. Die Nachricht ist hier zu Ende, anscheinend wurde sie vor langer, langer Zeit geschrieben, natürlich wurde sie das. Auf einem alten, zerrissenen Stück Papier steht eine Nachricht. Heute sind wieder einige Leute verschwunden. Wie ist das möglich? Die Monster können nicht in die Zitadelle eingedrungen sein. Die Erwachsenen wollen mich heute Abend sehen. Ich weiß nicht, was sie mit mir vorhaben, aber ich habe keine andere Wahl, als zu erscheinen. Die Nachricht ist jetzt Ende. So. Hocker? Oh, cool, wir sitzen. Ja, ja, alter Leute, alter. Scheiße, oh scheiße, jetzt fehlt mir nur noch Essen. Jetzt fehlt mir immer noch Essen, aber wir haben den Riesenhammer und wir bauen gleich zwei Stück davon, natürlich. Brauchten wir sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Essen können wir hier, wie gesagt, nicht herstellen. Essen können wir hier nicht herstellen, außer natürlich, ich baue... Außer ich baue ein... Ja gut, das könnten wir bauen, aber... Und wir könnten das natürlich mitnehmen. Wir könnten das mitnehmen und dann, um quasi immer eins dabei zu haben. Oh, das ist jetzt quasi gerade sehr aufregend. Ausrüsten. Dann gehen wir erstmal auf den Hammer. Was will man mehr? Ich will ne... Wir haben Hunger. Wir haben Hunger. Chanel zum ersten Mal ein Fass. Okay. Chanel zum ersten Mal ein Kronleuchter. Oh scheiße, ich muss... Alter, ja, danke, endlich... Oho, endlich eine vernünftige Tür. Ich wollte diese Scheiß-Strohtür so lange loswerden. Jetzt müssen wir nur noch was... Oh, bitte, bitte. Ich hab... Ich hab Mormaron bei mir. Wir müssen nur ne Kochstation... Wir müssen nur ne Kochstation finden. Wir kriegen jetzt langsam aber sicher immer mehr Schaden. Scheiße. Scheiße, ich muss ne Kochstation bauen. Ich muss ne Kochstation bauen. Es hilft nix. Schnell... Nein, 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 nein. Sieh zu, sieh bitte zu. Sonst sterben wir gleich. Äh... Einmal Lagerfeuer. Einen Lagerfeuer hab ich gern. Einen Lagerfeuer. Können wir locker bauen. Shanna stellt ein Lagerfeuer her. Und Shanna stellt her... Wo? Mann? Hallo? Hallo? Kochfeuer. Shanna stellt ein Kochfeuer her. Was haben wir dafür jetzt verbraucht? Eigentlich gar nix. Gut. So, jetzt müssen wir... Da haben wir's. Da haben wir's schon. Das passt natürlich perfekt hier. Dann lassen wir die... Äh... Die Station hier quasi doch... Erstmal so als Station zurück, würde ich sagen. Das war hier immer mal wieder... Komm, oh komm, enttäusch mich. Hallo? Hallo? Man... Mano, lass mich. Nein, was haben... Was ist denn mit denen jetzt los? Warum? Riechen die das, wenn man Hunger hat? Da, Alter. Die rie... Die riechen das, wenn man Hunger hat. So. Weg mit euch. Alter, Freunde. Wir müssen kochen. Wir müssen hier Pilzspieße machen. Äh... 38 will ich nicht haben. So, Alter. Wir hatten niemals im Leben so viele Murmaronen. Das müssen die Dorfbewohner für uns gesammelt haben fleißig. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Mach, 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 mach. Mach mir mehr Pilzspieße, Shanna. Fünf Stück, dann sind wir wieder bei 100% und dann geht's uns erstmal wieder gut. Und dann, Alter, perfekt. Dann haben wir doch hier quasi die Probleme beseitigt und sind doch mit Hammer ausgerüstet, mit Lederrüstung, bei bester Gesundheit und können richtig zulegen, äh, zuschlagen, äh, wie auch immer. Die Stühle nehmen wir natürlich mit. Shanna hält zum ersten Mal ein Holzschemel. Dann bauen wir uns auch gleich... Ach, den Kupferschwert können wir uns hier gar nicht bauen. Dazu brauchen wir ja... Dazu brauchen wir ja die Schmelze. So, was haben wir hier noch? Wir haben lila eine Steine. Und wir haben blaue Schleime. So, noch ein bisschen Schlossmauer. Na, mit ein bisschen Technik geht das schon alles. Einwandfrei. Das sieht jetzt aus wie so ein kleines Fensterähnliches Ding. So. Wie sieht's aus mit Schlafen? Wär auch nicht die schlechteste Idee. Die Banner da, die brauchen wir auch unbedingt. So. Also bevor wir hier schlafen können, müssen wir einiges tun. Eine Tür ist hier drin, aber wir brauchen ja quasi noch eine. Scheiße, aber ich kann auf keinen Fall... Shanna kann nur in einem richtigen Raum schlafen. Ähm. So. Dann. Hier ist es egal. Hier auch. Dann müssen wir uns mal den hier... Kap... Scheiße. Shanna hat zum ersten Mal einen Block Burg Kachel. Okay, das ist Kachel. Wir müssen hier wieder... Äh. Du verfluchte. Ich verfluche dich, Shanna. Du sollst das richtig machen. Der muss weg. Jetzt können wir den... Hier hin klatschen. Jetzt brauchen wir eine Tür. Wir... Wir haben aber Türen. Weil wir so viele Strohtüren haben, weil... Sieben... Ja, weil die Leute bauen das halt. Der gehört hier nicht rein. Leckt mich. Ledersack müsste ich hier schon haben. So, gib mir eine Strohtür. Und dann können wir die hier schön... Schön hinsetzen. Und dann brauchen wir hier noch ein bisschen Erde. Und dann können wir gleich pennen. Das war nicht mein Plan. Oh, nee, nee. Wie sollst du den Stein kaputt machen? Ähm. Ach so, wir haben noch kein Licht. Wir haben noch kein Licht, Freunde. Das macht aber gar nichts. Das haben wir sofort. Wir räumen hier nur mal ein bisschen auf, damit... Nicht... Oh ja, ich will... Nein, nein. Könnt ihr vielleicht verstehen, dass ich daneben nicht unbedingt schlafen will. So, jetzt müssen wir noch mal kurz gucken, dass wir ein Licht kriegen. Hier haben wir so eine Wandleuchte. Die hier. Ein ansehnlicher Kandelaber, der sich an jeglicher Wand befestigen lässt. 150. Das heißt, wir können... Aber hier... Alter, Fackel. Hups. Holzschemel weg. Fackel herausnehmen. Eine. Ich bin noch nicht fertig. Wir müssen noch was wegpacken. Packen wir mal die Schatztruhe weg. Und dafür brauchen wir logisch... Hä, ich habe doch nur eine mitgenommen. So, Fackel, Strohtür. Das sollte jetzt passen. Das sollte jetzt passen, meine lieben Freunde. Die Tür hier nehmen wir natürlich selber wieder mit. So geizig sind wir mal. Und dann darf die Fackel... Die bauen wir hier schön hin. Shanna baut einen Raum. Und Shanna geht schlafen. Zum ersten Mal nicht auf dem Fußboden auf einer harten Strohmandratze, sondern in einem schönen, edlen Bett. Und das hat ihr so gut gefallen, ob ihr es glaubt oder nicht. Oh. Das hat ihr so gut gefallen. Der Raum wird größer. Ja, das wird er. Das hat ihr so gut gefallen, dass ihr das Bett glatt mitnehmen möchtet. Shanna zum ersten Mal ein breites Bett. Shanna zum ersten Mal ein bequemen Schemel. Shanna zum ersten Mal ein Frisiertisch. Witzig, witzig. Ein Block roter Teppich. Ein Block edler Teppich. Genau das. Genau das, meine lieben Freunde. Immer her mit dem Dreck. Alter, hä? Hä, wie kommen die hier rein? Unsere Stadt, beziehungsweise was heißt unsere Stadt, sondern unser Zimmer. Unser Zimmer wird so legendär. Unser Zimmer wird mega hübsch. So. Ein Bett und so, das können wir hier dann später wieder direkt reinbauen. Was hatten wir hier jetzt noch? Da war noch eine Eisentür. Die lassen wir einfach erstmal. Hä? Ich seh nix. Ich seh nichts. Ach, jetzt sind wir hier. Saubere Arbeit. Den Thron, den Thron, den hätte ich auch gerne. Chanel zum ersten Mal einen schicken Stuhl. Oh, was wir nicht alles erhalten. Was wir nicht alles erhalten. Ein großes Bravado-Banner. Und da oben sind noch irgendwelche kleinen komischen Banner. Oh, die brauchen wir auch. Okay, jetzt haben wir. Das wollte ich eigentlich gar nicht tun. Ich wollte gar keinen noch nach draußen schlagen. Ähm. Scheiße. Das war nicht unser Plan, Freunde. Das war definitiv nicht unser Plan. Wollte ich hier draußen noch was am Branden hochschneiden. Weg. 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 Tja. Die Glibber, die machen uns auf jeden Fall schon mal so gut wie keinen Schaden mehr. Sind das hier andere Steine? Die sehen anders aus. Toll. Jetzt kommen sie wieder alle angeschissen. Alle wollen sie guten Tag sagen. Nee, hatten wir schon. Macht nix. Nehmen wir noch. Ach, ich glaube, das ist der normale hier Kieselschrott, den wir sowieso schon hatten. Hä? Ich kann die Tür so gar nicht... Mann. Mann. Ich kann die Tür so gar nicht öffnen, wenn da nix vorliegt. Was ist besser? So, was sind jetzt noch für Sachen, die wir brauchen? Jesus Magia. Die geilen Wandleuchten. Was ist dieses Blinken? Ist das Blinken, wenn ein... Wenn ein Futterzeichen weggeht? Oder wie? Oder was? Oder wieso? Weshalb? Warum? So. Oh, kleine Banner gibt es auch noch. Die Säulen hier natürlich. Eine große Säule. Und unser Freund, der... Hä? Okay. Das lasse ich mir nicht nehmen. Ah, den roten Teppich, den lasse ich mir nicht nehmen. Den zu verbauen. Da ist noch einer, ich weiß. Ja, doch, den nehmen wir. Ein bisschen von den Kacheln. Wir nehmen das also. Wir nehmen das also. Ich will logischerweise nicht das ganze Schloss abreißen, weil man soll schon erkennen, dass hier irgendwas ist oder irgendwas war. Aber ein bisschen was brauchen wir nun mal. Chanel, zum ersten Mal ein Blockburg-Fundament. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. So viele Blöcke. So viele bekloppte Blöcke. So, wir brauchen diese kleinen Banner auch noch. Ähm. Da kenne ich doch eine Taktik. Da fällt mir direkt eine Taktik für ein. Komm schon. Oder, oder... Ich weiß nicht, ob ich das hier umsetzen kann. Doch. Scheint zu funktionieren. Oh ne, ich muss niesen. Scheiße. Ah, danke. So. Ein Bravado-Banner. Aber gleich mehrere davon, nämlich vier Stück. Zwei Säulen haben wir. Ich glaube, vier eignen sich. Dann können wir nämlich mit vier Stück irgendwas vernünftiges bauen, glaube ich. Oh Mann, oh Mann. So. Dann würde ich sagen, wir haben es hier soweit erstmal geschafft. Wir haben nur eins dieser großen Banner, aber... Gut. Das soll soweit passen. So, er hat gesagt, wir sollen treppen. Treppen, treppen, treppen. Treppen wären eigentlich auch nicht schlecht. Haben wir. Ein paar, das wir zu Hause noch weiterbauen können. Wir müssen ja nicht unbedingt alles immer selber bauen. Jump. Jump. Hier, weg mit dir. Ich könnte natürlich auch allen... GZ. Ich könnte natürlich auch allen einen... Ähm... ...einen Grabstein bauen, wenn ich's kann. Aber... ...das wäre ziemlich bekloppt. Wir lassen das hier, falls wir hier mal wieder herkommen. Ich glaube, das ist noch das Fundament. Davon haben wir jetzt quasi nur einen. Deswegen möchte ich davon gerne mehr als einen haben. Und dann probieren wir es nochmal erneut. Bitte nicht stürzen. Ich sollte vielleicht ein bisschen Heilung auch... Äh... ...ein bisschen Heilung haben. Wir haben noch... Doch. Ich glaube, wir haben uns gerade regeneriert. Ich glaube, wir haben uns gerade regeneriert. Geronimo! Ich will hier nichts übersehen, Freunde. Tut mir leid, wenn ich... ...gerad ein bisschen ruhiger bin. Aber ich will auch nicht abstürzen. Das ist... Oh. Das brauche ich. Das ist nicht das, was wir da unten mitgenommen haben. Ein schmucken Schild. Hä? Ist aber nicht zum Ausrüsten, oder? Alter. Erste Seite ist bald voll. Schmucker Schild. Ein versilberter Schild, der zu schwer ist, um ihn im Kampf einsetzen zu können. Also nur für die Wand. Stein. Na gut, das kennen wir. Ein wallender Wandteppich mit einem distinguierten Design. Der unerschütterliche Unterbau von Burgmauern, der aus perfekt polierten und einheitlich angeordneten Stück Stein besteht. Eine stabile Stützstruktur aus Marmor im klassischen Stil. Ein Behang von beachtlichen Ausmaßen, der so grandios erscheint, dass er sogar in den pompösesten Seelen aufgehängt wird. Ein vor Pomp und Punkt nur so strotzender Stuhl mit hoher Rückenlehne. Stilvoller Teppichbelag mit einem hübsch gemusterten Floor. Ein pur performender Teppich, perfekt dafür geeignet, einer majestätischen Persönlichkeit den Weg zu bereiten. Ah, da... Alter, Scheiße. Wir kriegen auf jeden Fall noch ein paar... Hä? Was ist denn jetzt kaputt? Eine Schabinetür aus mit Eisen versteckt... Ich hatte doch... Alter, ich hab schon wieder Panik bekommen. Warum ist das hier? Und du... Ein altertümlich hübscher Vierpass aus Stein, der zur Verzierung von Burgmauern gedacht ist. Alter, wir haben so viel. Wir können so viel bauen, Freunde. Es tut mir leid. Scheiße. Scheiße. Äh... Heilung? Jetzt können wir aber mal ein paar Heilkräuter hier machen. Okay, wir sollten uns vielleicht den Weg doch ein bisschen bauen. Das macht die Sache vielleicht etwas sicherer und einfacher und schneller, weil wir nicht tausendmal runterfallen. Den hier nehmen wir trotzdem einmal zu uns. Müssen wir halt ein bisschen... Burgmauer haben wir 22 von. Die benutze ich aber nicht. Nee, nee, nee. Wir benutzen hier die Dreckserde. Oder... Soll ja auch... Soll ja auch nicht scheiße aussehen. Es soll ja eigentlich auch nicht scheiße aussehen. Wir können uns ja gleich noch ein paar abreißen. Oh, Alter, das... Bin ich blöd? Bin ich denn bekloppt? Das darf doch nicht wahr sein. Ich kann doch nicht so blöd sein zum Springen. Das... Das gibt's... Nee. Nee. Und von da unten kommt schon wieder so ein Firm und zu nerven. Das darf nicht wahr sein. Das darf einfach nicht wahr sein. Burgmauer mitnehmen, aber sofort, Freundchen. Äh, meine Liebe. Dann machen wir es halt ganz einfach. Dann machen wir so. Der kommt hier nicht... Nee, der kann hier... Ra... Ich bin schlau. Ich bin schlau. Ich bin echt schlau, dass ich versuche, da zu springen. So, was haben wir hier noch? Äh, ja. Ich höre das Vieh. Und das gefällt mir gar nicht, wenn ich das höre. Äh, das brauchen wir hier nochmal, nur sicherheitsheilbar. Hier hinten ist aber gar nichts. Außer ein bisschen Teppich und ein bisschen Stein. Naja.